ja meine leute euer video next upstart heute die ersten news von mir zum neuen patch wir reviewen was hat blizzard bisher gebracht es startete am 4 april mit den ersten sneak previews zu den neuen karten und hier shoutout an hearstone topdecks das ist eine karte die eine seite die immer wieder sachen zusammenfasst was schon released wurde einige neue karten sowohl zum solo als auch zum duo modus wurden jetzt schon revealed und wir gehen einmal durch was sehen wir schon und was erwartet ab nächste woche 16 april das ist der dienstag ihr wisst dienstagabend 19 auf twitch bin ich immer live also gerne den link in der video beschreibung zum twitch nutzen follow dalassen und keinen neuen content verpassen natürlich wird ab dem ab nächster woche dann auch neuer content zum duo modus kommen und zum neuen solomodus wenn ihr das hier nicht auf youtube verpassen wollt auch hier ein abo dalassen und dann gehen wir hier direkt mal rein was erwartet uns also neue neue season 7 wird sowohl änderung für solomodus das war unsere große angst das solomodus ein bisschen vernachlässigt wird aber laut blizzard kriegen wir neuen content werden wir jetzt gleich sehen und duos bedeutet ihr könnt jetzt mit einem kumpel spielen das heißt anstatt acht einzelkämpfer haben wir jetzt vier doppelteams die dann gegeneinander antreten auf dem schlachtfeld ich bin sehr gespannt wie das passieren wird so hier haben wir ein bisschen was zu der release schedule wir haben duo specific cards die wir uns jetzt angucken wir haben neue minions und welche minions machen platz für diese neuen minions das ist das was wir uns heute angucken was hier schon in blau markiert ist und released ist dann bekommen wir noch returning minions und card changes da ist zum beispiel der price promo drake drin der früher nur benachbarten drachen buffs gegeben hat der gibt jetzt allen drachen auf dem bord buffs zum beispiel sprechen wir dann aber noch drüber es wird noch mal ein zweites patch video geben ich wollte nur schon mal ein kleines heads up euch geben dann kriegen wir die full patch notes am montag und am dienstag wie gesagt ab 19 uhr central european time das ist genau meine stream time geht es los mit season 7 und dem duos launch und da legen wir dann live los also welche karten helden erwarten uns natürlich kriegt duos erstmal spezifische helden das sind die zwei kollegen hier show und geil können wir picken dann hat es einer von euch ist show einer ist geil finde ich ganz witzig dass das genau passende sachen sind es werden aber auch natürlich helden kombinationen geben die gar nicht zusammen gehört ihr könnt jetzt zum beispiel in galley wicks und nen keine ahnung was haben wir denn eine jundies kombinieren irgendwas ne also wir gehen rein und gucken can only be played together das heißt wenn das gepickt werden soll dann müsst ihr die beide picken ansonsten geht das nicht also wenn einer von euch show oder geil spielt dann richte der andere automatisch den counterpart ne denn wir sehen jetzt die synergie es wäre weird die zu trennen verstehe ich auch vollkommen also die starten erst mal mit sechs armor müssen wir gucken wie stark sind sie haben beide passive hero powers der eine ähm immer wenn man ein goldenes minion spielt kriegen beide sowohl man selber ganz normal klassisch den triple reward triple reward ist der zauber der euch eine höhere terrentie entdecken lasst aber das bekommt auch der äh mitspieler von euch und das gleiche gilt für äh egal also es ist eigentlich egal wer die goldene minion das goldene minion spielt beide bekommen den triple reward also spielt ihr möglichst viel auf triple ähm wahrscheinlich erst mal early game tempo vielleicht auch beide warrior curve kann ich mir gut vorstellen um viele one drops zu bekommen man kann auch karten rüberschicken zum äh mitspieler das werden wir dann mal uns genau angucken wenn wir du spielen und dann sammeln natürlich beide nach möglichkeit passend triples und kriegen doppelte rewards was natürlich stark ist so dann haben wir hier den kollegen ähm warum ist der name denn nicht beschrieben das ist ein bisschen komisch ist das wegen meiner formatierung ne beschreiben sie nicht ähm ich hab keinen namen dazu aber glorious gloop ähm ihr könnt ein befreundetes minion wählen und am Anfang des Kampfes ähm wird es transformiert in das höchste tier minion eures mitspielers jetzt müsst ihr nur mit euren mitspielern natürlich auch kommunizieren was ist denn gerade deine highest tavern tier hast du einen six drop entdeckt also hast du gehighrollt das kann halt die strategie sein ne man kann ihn halt auf tempo spielen und der gegner spielt full high roll versucht zu power leveln entdeckt einen six drop und man kann sich jede runde start of combat damit dann den six drop hier kopieren gegen seine schwächste unit zum beispiel können dann irgendeinen one drop verwandeln das kann die strategie dahinter sein er ist erstmal das early game power play und der andere levelt und dann kann der andere sich schön große units aufbauen und davon kriegt man eine kopie ist natürlich gar nicht mal schlecht dann haben wir hier äh einen neuen panda efficient exchange ähm pass a non golden minion da kann man einfach ein nicht goldenes minion zum mitspieler rüberschieben ähm für zwei gold sehen wir nachher ähm dann haben wir hier schwierig äh Leute die wo w gespielt haben können wir gerne mal die namen zu den sachen reingeben weil manche natürlich charaktere aus world of warcraft hier übernommen wurden ich kann sie nicht zuordnen das heißt wir müssen hier mal namenless arbeiten der kollege mit dem turban ähm ist eine passive und am anfang des spiels ähm kriegt ihr die gleiche hero power wie der teammate und das ist natürlich quasi ihr spielt beide den gleichen helden was normalerweise kaum möglich ist es sei denn einer von euch pickt finlay und hat glück die gleiche hero power zu picken in den meisten fällen hat das den vorteil dass beide die gleiche route spielen können und somit leichter synergien zusammenbauen können denn es gibt natürlich helden die eine bestimmte klasse stellt euch patches zum beispiel vor wenn beide spieler pirates forcen ist das natürlich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht gehen wir rein in die duo minions ähm sind das nur duo minions ja ne duo specific cards da zählen die noch drunter also karten die nur im duo modus existieren wenn ihr solo spielt werdet ihr diese karten nicht sehen der passenger neuer one drop neutral zwei drei stats ähm the first time your team passes each turn gain plus two plus two ähm jetzt ist die frage passes ist das neue keyword was heißt denn passes absolvieren ähm ich weiß es noch nicht ähm müssen wir gucken heißt das beide spieler müssen im kampf drankommen weil theoretisch es kommt immer erst das board des ersten spielers der fightet gegen den gegner wenn das board leer ist wird das board des zweiten spielers gespawnt quasi ähm und wenn man das selber schafft mit dem ersten spieler board beide gegner boards zu besiegen würde der zweite spieler gar nicht drankommen quasi bedeutet das pass dann würde es bedeuten dann ist es eine coole mechanik weil es catch up ist nur wenn wenn du schlechter bist dann brauchst du beide boards und das sollte im meisten fall wenn es balanced ist eh der fall sein dann kriegt der zusätzlich stats deswegen ist das auf dem auf dem board des second players vielleicht sogar besser um zu garantieren dass der zweite spieler drankommt als auf dem board des ersten spielers macht Sinn ne weil wenn der auf dem ersten board stärker wird ist es unwahrscheinlicher dass der zweite spieler drankommt trusty pup super süßes artwork ähm immer wenn der schaden bekommt bekommt der ein attack permanent ist ein süßes wildtier nicht zu stark kann ich mit leben ist schwächer als der murloc der ähm oder der drache promo price promo drake der automatisch plus 1 jeden turn bekommt von daher ganz ganz coole karte eigentlich dann haben wir eine neutrale karte kampfschrei your teammate gets a coin für 3-4 stats solide baseline und dem mitspieler einfach eine zusätzliche coin zu geben nicht schlecht stellt aber sicher dass ihr nicht einen spieler habt der einfach das gold verrollt dann ist es wasted sondern ihr müsst dann sehr economy centric spielen und sagen okay spart das gold wir gucken kriegen wir ein power level reingequetscht oder kriegen wir ein triple generiert sowas ne ähm trotzdem ganz cool ähm der duo modus wird natürlich davon leben dass man mit dem partner kommuniziert und sachen austauscht und so weiter von daher bin ich sehr gespannt wie das rein slottet dann haben wir generous geomancer you and your teammate each get a blood gem todesröcheln ähm also quasi zwei das ist das gleiche wie you get two blood gems nur dass einer davon halt nicht bei dir auf dem board ist aber wenn beide spieler ähm starre eber spielen ist das natürlich gar nicht mal schlecht wanderer show eine weitere neutrale one pass each turn is free ah warte mal nein 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 passes bedeutet karten passen karten rüber passen first time your team passes each turn gain plus two plus two also immer wenn man eine karte rüber switcht ähm bekommt man die stats vergesst was ich gesagt hab zu den board slots ich mein das war wichtig zu wissen für wie funktioniert duos aber ähm das ist bedeutet wenn man karten passes ist karten rüber slotten das begibt plus two plus two wir werden sehen was es kostet karten rüber zu switchen noch wahrscheinlich und hier ist es das erste mal immer umsonst ähm ist natürlich interessant weil wenn man den hat und den hat kann man immer umsonst jede runde hier im early game plus zwei plus zwei stats kriegen ist vielleicht gar nicht mal so schwach so start of combat give your leftmost dragon plus one plus two and windfuel ist stärker weil leftmost heißt der muss nicht an erster stelle stehen sondern nur irgendwo der erste drache der links irgendwo steht das ist ganz gut äh an sich zwei drei man müsste ihn als drei vierer statline drei fünfer statline sehen als two drop grundsolide grundsolide ähm und wir kriegen einen neuen tavern spell das sagt uns automatisch tavern spells bleiben drin und das ist natürlich spannend recruitment program get a random minion of your teammates most common type und then pass it also wir bekommen ein minion geben es aber direkt an unseren teammate ab was bedeutet eigentlich nur dass wir für unseren teammate eine hoffentlich passende unit kaufen das wäre das gleiche als wenn der spell sagen würde nutze nutze das gold deines teammates um dir selber eine passende karte zu geben so in etwa ähm da muss man sich also aktiv entscheiden dass man selber schwächer bleibt um den teammate stärker zu machen ähm da man aber wie gesagt mit gemeinsamen boards kämpft ist das theoretisch hat man ein großes board mit 14 slots tier 3 ähm da haben wir orc orchestra conductor wir sehen die viele neutrale units kommen dazu die sind natürlich leichter zu switchen für den doom muss muss man auch sagen weil viele klassenkarten natürlich irgendwie zur identität der klasse gehören und dann ist schwierig die zu switchen ähm kampfschrei gibt einem minion plus 2 plus 2 und improve your team's future orchestra conductors aha das heißt die gibt beim ersten mal plus 2 plus 2 und jeder folge orc orchestra conductor gibt dann plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 und das gilt nicht nur für mich sondern auch für meinen teammate das heißt das ist ähnlich wie bongo bopper früher war der sich selber immer plus stats gegeben hat nur dass man den nicht auf dem board spielen muss sondern man kann die wieder verkaufen und die immer wieder durchrollen und damit das eigene board hochbuffen und das des teammates natürlich mit das ist ganz spannend so ein teamweiter buff also eine karte die teamweit im shop gebuff wird ist schon geil okay bin ich gespannt ich bin ich will sehen ob man es hinkriegt wenn beide full orc orchestra conductor cykeln mit bran am besten noch natürlich ob das alleine ein build werden könnte das wäre lustig sobald natürlich einer bran hat lohnt es sich natürlich wahrscheinlich immer die rüber zu schieben zu dem spieler der bran hat okay plunder paul ein pirate at the start of your turn you and your teammate each gain 1 gold schwaches deadline starker effekt 2 gold theoretisch am anfang des zuges jede runde ist build und wir wissen accordotron bei den mechs ist plus 3 plus 3 stats quasi weil es magnetic ist und gibt nur ein gold am anfang des zuges und das ist schon relativ stark das heißt das ist definitiv ich würde behaupten ist ein sportslot wert bei einem der spieler wenn man den golden kriegt natürlich umso geiler aber man braucht nur einen gold einen boardslot und man kriegt quasi im team 4 gold das ist schon ganz geil paddle trencher was haben wir da after this past gain plus 3 plus 3 also quasi eine karte die man immer rüber passen möchte um der plus 6 plus 6 zu geben okay spannend könnte so ist so ein tempo play eher ob man dann wirklich murlocs spielen möchte oder nicht weiß ich noch nicht ich weiß selber noch nicht was das passen eigentlich kosten wird bin ich mal gespannt ähm ja so dann haben wir einen drachen dotting dractor und der sagt am ende des zuges gibt allen teammates minions plus eine tag man bufft das gesamte teammates board plus 1 das könnte gut sein wenn einer tempo play 3 und 3 spielt dann kann man selber drachen spielen der andere spielt äh man spielt hier power level 3 und 3 nimmt den mit der andere spielt ähm tempo auf tavern 1 und 2 ähm goddess shield max zum beispiel und kriegt dann attack buffs immer rüber geschoben das kann schon stark sein ok der spell auf tavern 3 äh sketch you give minions plus 3 attack upgrades plus 3 attack after this is passed also auch eine karte die man immer rüber passen möchte um doppelt so viele attacks zu bekommen tavern 3 ein board buff plus 3 attack das ist wieder sowas was nur für für mechs besonders stark ist quasi durch die gottesschilde ok naja portal in a bottle ähm kann man einfach für 2 gold kaufen und ein nicht goldenes minion rüberschieben das heißt passen wird wahrscheinlich 3 gold kosten oder weil der hero kann für 2 gold passen dieser spell kann für 2 gold passen bedeutet eigentlich kost muss passen normal mehr als 2 gold kosten feisty fresh water todesröcheln you and your teammate each gain 2 refreshes that cost 0 und das jede Runde das ist ja wie eine goldene refreshing anomaly die man ausspielt mit kampfschrei und kriegt 2 free re-rolls und das für beide das ist schon ganz stark eigentlich ist das besser als ähm der tavern äh tavern free refreshing wir werden sehen ich glaube das ist stark das ist ja theoretisch 4 gold jede Runde ok spannend ähm und der der Mitspieler muss ja nicht mal elementarisch spielen also why not äh summon a copy of a minion from your teammate's warband ja also er beschwört eine kopie von deinem teammate ist auch so eine karte die ist tavern 4 wenn man wenn man selber der player ist der low bleibt und erstmal tempo spielt und der andere levelt hoch und hat dann nachher richtig krasse units dann spielt man einfach so ein low shit hier und spawnt dann die geilen sachen von dem Mitspieler ist doch geil eigentlich ne aber er setzt die HP auf 1 und ineinander funktionieren soll und warum das wichtig ist das ist außer für den heißt expect magni heißt das er kann sich selber nicht spawnen oder heißt das er setzt sich selber nicht auf 1 HP weil eigentlich müsste die Klammer dann hinter den Satz summon a minion from your teammates warband accept das und dann setzt es auf 1 weil so liest sich das eigentlich so dass das auf 1 HP setzen nicht für diese Karte gilt aber für alle anderen aber ich glaube was eigentlich gemeint ist ist dass man mit dem nicht sich selber spawnen kann damit das kein endlos loop ist schlecht geschriebener Karttext aber ich glaube es ist gemeint der kann sich nicht selber wieder spawnen um keinen Loop zu erzeugen ist das gut ja in einem Wildtierbild ja wenn der Mitspieler auch Wildtiere spielt klar muss man mal gucken interessant ist es auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Mechanik zu sagen einer Power level einer spielt Tempo und nachher kann der der Tempo gespielt hat quasi durch solche Karten geile Sachen spawnen da haben wir einen neuen Demon den Maneri Messenger und der Kampfschrei Minions in your team's tavern have plus two plus one das ist quasi die minimal größere Version des Felementals aber nicht für den eigenen sondern für den Shop des Teammates ist aber ja nicht schlecht weil der Teammate kann ja dann die gebufften Units kaufen und dir wieder rüberschieben in der Theorie also not bad Mirror Monster all type okay when you buy or discover this get an extra copy and pass it das ist geil das heißt wenn man das kauft oder discovert kriegt der Teammate das automatisch auch mit und weil es all ist wenn man vor allem wenn man es kauft hat das die Shop Buffs wenn man Elementare gebufft hat hat das Elementar Buffs das könnte wild abgehen und da es all ist passt es auch in jeden Bild rein absolutes Tempoplay man kriegt wie viele Stats auch immer das hat mindestens 4-4 für beide Spieler für 3 Gold und weil es automatisch gepasst wird ohne dass man dafür Gold bezahlen muss löst das auch alle diese Pass-Effekte mit aus spannende Karte ich glaube die wird sehr stark sein wir werden die viel sehen hier sehen wir den Price Promo Drake give other dragons plus 3 plus 3 am Start of Combat normalerweise war es nur benachbarte aber interessant zu sehen dass das eine Karte ist die nur im Duo-Modus aktiv sein wird ist das weil es zu stark wäre wenn es im Solo-Modus wäre I don't know Storm Splitter ein neuer Naga einmal pro Zug nachdem ihr eine einen Spell gepasst habt kriegt ihr eine weitere Kopie davon das heißt ihr könnt den Spell kaufen passen ihr kriegt selber eine Kopie davon und der Teammate hat quasi eine extra Karte dadurch nicht schlecht ja Avenge 3 also Rache 3 der Teammate bekommt eine random ein random Minion von seinem Most Common Type das heißt man selber kann Tempo Untote spielen möglichst viel Rebound Todesröcheln und den ganz oft auslösen während der Teammate was völlig anderes spielt Piraten oder sonst was und dann für Rache 3 ganz viele Piraten immer bekommt spannende Sache da ist jetzt herauszufinden wenn man selber Untote spielt was ist die beste Klasse mit den Highest Impact wenn man die generiert für den Mitspieler also was muss der Mitspieler dann spielen da wird es Strategien relativ schnell geben ich werde mir mal Gedanken machen sobald wir den gesamten Minion Pool kennen und dann werden wir das mal ausprobieren wahrscheinlich so dann haben wir einen Mech auf Tevantier 5 Support System cooles Artwork finde ich Katze wird schön beschützt am Ende des Zuges kriegt ein Minion auf dem Feld des Gegners Gottes Schild extra Gottes Schild nimmt man gerne mit oder vor allem wenn es eine Klasse ist man spielt den in Mechs wenn man selber ein Mech Bild ist und der Gegner spielt zum Beispiel Demons die gar keine Utility haben und kriegt ein extra Gottes Schild solide sehr solide sogar nicht stark und vor allem warte mal End of Turn ist ja nicht Start of Combat End of Turn würde dann bedeuten dass das permanent ist das Gottes Schild oder? Wow das heißt innerhalb von sieben Runden hat der Gegner full Gottes Schild Bild und wenn er das auf einem Riesen keine Ahnung Felemental Fehlbett Bild mit Demons hat oder so Bild oder auf Elementar geht's auch ja nice neue neutrale Unit Wellwisher Spellcraft Pass a different non-golden Minion das heißt wir kriegen jede Runde diesen Spell und können ein nicht-goldenes Minion passen das ist nicht schlecht muss man überlegen wie lange man die halten kann weil die natürlich als neutrale Unit nicht gescaled werden kann und die Statline auch nicht so turbo gut ist die Frage ist was für ein wie groß ist der Vorteil den man durchs Passen sich da erspielt es wird keine spezifischen Tavern 6 Minions geben das ist der Hauptgrund ist wahrscheinlich dass die Tavern 6 Minions selber aktuell sehr spezifisch für die jeweilige Klassenidentität sind und dass der Bild überhaupt spielbar ist und deswegen können die da keinen replacen vielleicht hätte man überlegen können ob es da eine neutrale Unit gibt die man austauschen könnte und dann haben wir sogar einen Tavern 7 Drop Sandy wird es nur geben wenn man zum Beispiel Turm spielt und sich die gönnt und die hat am Start of Combat Transform into a Copy of your Teammates Highest Health Minion das heißt man kriegt einfach eine Kopie vom größten Minion des Gegners weil in den meisten Fällen ist das größte AP Unit auch das mit den größten Attacks spannend ist auch so eine Ketchup Mechanic also ich sehe uns Torium spielen Sandy wählen kaum leveln Turbo Tempo spielen dem Gegner Gold und was nicht alles geben und dann so eine Support Sache spielen und dann indem ich Moose spiele eine gute Unit vom Gegner kopieren indem ich Sandy spiele eine gute Unit vom Gegner kopieren das ist schon ganz cool sehr sehr cool sogar so am 5. April wurden dann im Anschluss die neuen Minions die für alle auch für den Solo Modus reinkommen und die Minions die stattdessen dann den Modus verlassen announced genau und da gehen wir jetzt mal ganz schnell durch wir haben Cord Puller super geil wie der den Stecker zieht einfach Gottes Schild Tavern 1 mit Gottes Schild bin ich immer sehr kritisch und dann summont der noch einen Micro Bot eklig da 2 3 Buffs drauf immer eklig Glim Guardian der hieß früher Glyph Guardian war aber dann auch ein Tavern 2 oder 3 Drop und hat seine Attack verdoppelt diesmal heißt er Glim Guardian das Artwork kennen wir aber schon so in etwa Whenever this Attacks gain plus 2 plus 1 also eigentlich ist er ein 3 4er 1 Drop was sehr stark ist Base Stat technisch ist das sehr stark aber er muss selber attackieren wenn er attackiert wird hat er diese Stats nicht das ist so das was ihn ein bisschen balanzt Misfit Dragonling bedeutet wir verlieren sowohl Preis Promo ne Emerald Promo heißt der und Upbeat Fronttrack bleibt drin ja also wir verlieren nur den Proto Web und der Fronttrack bleibt scheinbar drin ok also haben wir 3 Drachen One Drops dann Start of Combat Gain Stats Equal to Your Tier aber da Start of Combat ist es natürlich nicht permanent und damit ja ist er eigentlich ein 2 3er auf Tavern 1 und wird dann mit der Zeit leicht besser so Karten sind stark ist absolutes Power Creep weil wenn ich dann Level in dem Folge Turn kriegt der quasi ein Plus 1 Plus 1 Buff und man kann den länger behalten als andere Karten ist gefährlich Micromummy geht schade Stable schon eine lange Karte die wir lange kennen Saucy Basker geht ok wir haben keine neue Economy Card für die Pirates bekommen hä ihr nehmt ein Tavern 1 Pirate raus und gibt uns keinen neuen Wild oder Mana Saber geht wir kriegen kein neues Wildtier Hä der Surf & Surf geht absolut viel zu starker One Drop bin ich 100 pro dabei dass der raus muss äh der Battler geht mochte ich auch noch nie absolut stupid Design finde ich sehr gut also bei den Karten bin ich absolut auf der Seite Otto hatten wir gerade gesagt und der Imprisoner geht das heißt das ist der Demon also wir verlieren einen Demon wir verlieren warte mal welcher One Drop hat denn dann Wildtiere noch hä das kann ja nicht vollständig sein die nehmen ja nicht zwei Wildtiere also der Surf & Surf gilt ja als Wildtier mit Wildtier Nager und Mana Saber gilt als Wildtier dann haben Wildtier keinen One Drop mehr na das ist ja unvollständig die Information dann das ist aber Quatsch gib uns doch nicht die Information was geht ohne uns zu sagen was dafür stattdessen kommt naja also ich erwarte da wird noch mehr kommen wahrscheinlich steht das nicht hier drin weil wir haben ja gelernt es kommen am das hatte ich gesagt wir scrollen mal kurz hoch wann kommen die Returning Units hier 8. April kommen Karten zurück Returning Minions und Card Changes und ich bin mir sicher dass bei den Returning Minions die drin sein werden die dann die entfernten Einheiten ersetzen ist aber natürlich doof weil dann hätte man erst sagen müssen welche sind die Returning Units und dann sagen müssen welche sind die Units die gehen also wir werden wahrscheinlich sehen entweder wir werden einen anderen One Drop haben wir bekommen wahrscheinlich werden wir noch einen Untoten One Drop wiederbekommen wir werden einen Pirate One Drop wiederbekommen und ein Wildtier oder sogar zwei Wildtier One Drops werden wir sehen ob wir neutralen sehen müssen wir mal gucken ich hoffe nicht dass wir wie hieß sie die Dealerin Tevan Tipper wiederbekommen ich hoffe nicht und wir werden wahrscheinlich einen alten Demon One Drop nochmal sehen so soweit die Predictions wir kriegen einen neuen ich bin doof wir kriegen einen neuen neutralen Two Drop Fire Dancer Todesrechte in D1 Damage to all Minions das ist quasi das Ghoul was wir mal hatten muss man sich überlegen ob das so gut gewählt ist dann haben wir der Rooster ist natürlich geil eigentlich Start of Combat D1 Damage to Adjusted Minions and Give Them Plus for Attack das heißt wenn das mehr als 1 HP hat dann kann man da schöne Attack Buffs mit drauf ballern finde ich ganz geil der sieht auch witzig aus vom Artwork dann noch ein weiteres neues Biest die Silver Goose also Rooster und Goose sind dabei immer wenn das Schaden bekommt wird ein 2-2 Fledging mit Spott beschwört oh shit schöne HP Buffs drauf und man kann hier richtig Sachen spawnen oder was ok spannend oh wildes Artwork bei dem Murloc hier very hungry Winter Finner Spott und immer wenn das Schaden bekommt ein Minion in der Hand plus 1 plus 1 also bei Murlocs wird scheinbar weiter Handbuff gepusht müssen wir mal gucken ich hoffe natürlich immer noch dass der Bream Counter bzw. Coral Mergle Kram ein bisschen genervt wird müssen wir schauen trotzdem erstmal starker Murloc die Frage ist kann man so früh im Game sich leisten eine Karte für Handbuffs auf der Hand zu halten oder verliert man da doch zu viel Tempo und dann haben wir einiges hier an Spells das liegt aber daran das ist alles Siliax und Siliax ist was ist das für ein Effekt neuer Held oder sonst was das wird ja wahrscheinlich nur für ihn zutreffen oder denke mal also da haben wir Magnetic ein Magnetic Minion ach ne warte mal Siliax könnte auch eine Higher Tavern wir werden gleich sehen wahrscheinlich Siliax eine Higher Tavern Unit sein die diese Karten produziert irgendwie auch ungünstig die sollte man nicht als Full Tavern 1 Minions hier aufführen sondern dann wenn man die Karte oder den Helden introduce der diese Karten produziert aber durch das Keyword hier können wir fast davon ausgehen würde ich sagen wir überspringen aber ihr habt es schon mal gesehen rein Stat-Technik für Tavern 2 wirkt das relativ hoch und dann ist es Magnetic Taunt Reborn Gottes Schild Wind Fury Stealth es ist schon ähm Bild und die können mit jedem anderen Siliax Module trippeln Module deutet schon darauf hin dass es Mac ist ne ähm okay das heißt man wartet drei Runden und dann trippeln die oder man spielt sie Vanilla auf dem Board erstmal als Stat-Lines und dann trippeln die und man hofft natürlich Magnetic Gottes Schild und Reborn zu bekommen das wäre das krankeste dann trippelt man die und dann kann man die auf irgendwas geiles draufpacken okay Wild rausgehen Sua Red okay das heißt uns erwarten ja das ist logisch Sua Red wir haben ja zwei neue Wildtiere bekommen Irel geht raus okay dafür haben wir eine neue Neutrale Kopter geht raus sehr gut ähm oh ersetzen die den Kopter das wäre auch spannend vielleicht deswegen dass es so viele verschiedene gibt aber eigentlich ist das die Identität einer Klasse interessanter Ansatz äh Corpse Refiner geht raus okay Dancing Barnstormer geht raus oh ich bin gespannt was kriegen denn ähm Elemental für Early Game Tempo dann wollen wir mal gucken die Snapjaw geht raus der Hungry Bird geht raus richtig viel Toxic Tempo geht raus im Early Game finde ich gut Merciless geht raus dafür haben wir den neuen Handbuff Murlocke gesehen äh Wookie geht raus kein Early Bloodjam Production okay Grave Gobbler geht raus also auch Toxic Early Tempo Sandspur geht raus auch Early und Twilight Emissary geht raus das ist der Kampfschrei Sport plus zwei plus zwei Drache ähm ja der war okay aber äh viel Toxic Tempo geht raus ich hoffe nicht dass dafür anderes Toxic Tempo reinkommt aber die ganze Wildtiersache ich fand die oben moderat die neuen Wildtiere deswegen bin ich froh Snapjaw und Bird gehen zu sehen der andere Murloc sieht auch nicht so wild aus wie Merciless Spooky ist Toxic Tempo bei äh Stache Ebern Grave Gobbler ist Tempo und das ist Tempo vielleicht nehmen sie ein bisschen Tempo raus ich würde mich freuen so weit bin ich erstmal positiv gestimmt neue Taman 3 Units ein neuer Stache Eber und der äh Buffon sagt immer wenn das Schaden bekommt bekommt man Bloodjam maximal dreimal pro Zug okay eine gute Unit auf die man direkt wieder selber die Bloodjams investiert um zu garantieren dass der öfters tradet und so mehr Bloodjams produziert finde ich interessant ähm weil oft hat man das Problem dass man zwar die Units hat die Bloodjams produzieren aber die nicht unbedingt selber buffen möchte bei dem kann das durchaus Sinn machen geiles Pinocchio Artwork hier False Implicator ähm am Ende des Zuges wird ein Minion aus der Tavern consumed und der bekommt die Stats also er frisst einfach einen Minion end of turn uh über die Dauer kann das gut werden der wird aber auch das ein oder andere Mal wenn man was freest genau die Unit fressen die man eigentlich freezen will ah aber das ist halt das Risiko bei Demons die haben ja immer so einen kleinen Negativ Impact von daher ja finde ich gut finde ich spannend äh Doppelklasse Elementardämon äh Fiery Fellblatt okay Todesrechte Minions in der Tavern haben plus 3 Attack this game wow also ein kontinuierlicher plus Attack Buff in der Tavern Cheat Sehe ich das größte Problem sehe ich nicht in Elementaren und Dämonen sondern Minions das heißt der bufft alles und nicht nur Dämonen und Elementare das bedeutet auch die Magnetics von Max haben plus Attack Buffs und die profitieren von Attack Buffs am meisten durch die Gottesschilde Shit also spielt man den und spielt dann Max das ist doch dumm oh man äh und einen weiteren Slimy äh einen weiteren Fellblatt das ist Slimy Fellblatt in dem Moment ich find's cool dass die so Gruppen haben das war hier bei den Siliax Modulen das ist hier bei den beiden ähnlich auch Elementar Demon also Demon und Elementare werden sehr eng zusammen verwoben scheinbar ähm das ist das gleiche mit HP ah okay Elementare wollen Shop Buffs weil das ist deren Identität Dämonen wollen Shop Buffs weil sie wollen nachher Shop Buffs fressen find ich geil ähm geht in die gleiche Richtung das ist Todesröcheln immer wieder Frickly Piper macht immer wieder Attack Buffs auf die Blood Gems ähm Sunbacon macht nur Kampfschrei plus HP auf die Blood Gems auch Slimy Fellblatt macht nur Kampfschrei Attack in den Shop äh HP in den Shop weil HP im Early Game natürlich auch stärker sind da muss man deswegen aufpassen es wird natürlich schwieriger sein HP zu buffen ähm dann haben wir Hateful Hack ähm das ist ein Untoter und der immer wenn er attackt gibt er dem rechten Minion von sich Reborn okay also ein relativ leicht zu generierendes Reborn und wenn er überlebt kann er das mehrfach machen oder was spannend müssen wir mal gucken wird es wahrscheinlich den ein oder anderen Bild geben der das abused auf jeden Fall ähm vor allem ist es nicht dem rechten Untoten sondern es ist dem rechten Minion man kann also was beliebiges Reborn geben wild wir kriegen Reborn nicht nur für Untote ich sehe schon ein paar Sachen die den abusen ohne Untote zu spielen finde ich immer schwierig wenn es eine Klassenkarte ist sollte sie auch mehr der Klasse äh benefitten dann haben wir Murgle Mark 2 und der hat Rache 3 und gibt den Minions ähm auf der Hand und dem Board plus 1 plus 1 permanent holy okay das ist wild ich sehe schon die ersten richtig krank Rache Scaling machen Mac Murloc vor allem Doppelklasse sehr leicht zur Verfügung stehend kann man auch mit Untoten kombinieren um den Rache Effekt oft auszulösen ich glaube Murgle Mark 2 könnte irgendwann relativ zügig einen Nerf erfahren vielleicht wird er auf Tevern 4 hochgeschoben denn er bufft Board und Hand gleichzeitig und das ist gefährlich der Rampager ähm immer wenn er das attackt macht er ein Damage zu einem anderen Minion ah ne seinen eigenen Your Other Minions aaa ein kleiner Negativ-Effekt damit er nicht zu stark ist aber der hat halt eine sehr sehr krasse äh Statline das heißt man spielt den einfach nicht so weit vorne lässt erst den anderen Kram ein bisschen attacken und die Traits machen und hinten hat man eine große Statty und die zur Not erstmal wenn sie angegriffen wird macht er diesen Effekt nicht sondern er muss selber attacken das heißt man lässt den einfach äh attackiert werden um die große Statline zu haben oder er attackiert dann erst weil er spät steht wenn man eh nichts anderes mehr auf dem Board hat dann ist der negative Effekt auch nicht so groß ähm das wird die Art und Weise sein wie man den erstmal wahrscheinlich nutzt dann haben wir einen neuen Drachen immer ähm ach du krass der gibt allen Drachen die wenn sie attackieren plus zwei plus zwei ist das krasses Early Tempo für Tavern 3 wenn du ein Full Drachen Board hast geht da schon was Shell Whistler get a random Tavern Spell from Tier 2 das ist spannend einfach mal ein Spell bekommen ja why not aber Tier 2 muss halt nicht besonders gut sein muss mal schauen Statline ist schwach ähm dann haben wir einen Burrower ein neues Beast Taunt Deathrattle give your Beasts plus one plus one permanently your Beasts das heißt das ist eine Aura auf dem Board die allen Wildtieren wie Goldrin Aura quasi permanent diesen Buff gibt halte ich für gefährlich du kaufst das Ding hast das 5 Runden auf dem Board und es stirbt jede Runde und danach hast du einen permanenten Golden Buff quasi gefährlich sehr gefährlich wenn du dem Ding noch Reborn geben kannst uff und dann haben wir noch Hooktail hier einen Drachen Pirat okay interessante Kombo äh Drache und Pirat hier zu äh kombinieren immer wenn man einen Tavern Spell castet bekommen die anderen Minions plus ein Attack boah diese Plus Attack Buffs sind meistens schwach und es bufft Minions und nicht nur Drachen und Pirates das finde ich sehr schade gebt denen Sachen wenn ihr denen doch schon so Doppelklassen Identitäten gebt Blizzard dann gebt denen doch auch den Effekt dass er nur Pirates und Drachen macht ähm dann könnt ihr den Effekt auch ein bisschen stärker machen weil er ein bisschen eingeschränkter ist naja bin ich jetzt nicht so von überzeugt aber okay Navigator Self and Navigator ist der Plus 1 Plus 1 Warp Buff für Murlocs ist okay dafür haben wir den Rache-Murloc der deutlich stärker ist Paschma geht raus spielt man wenig Legion Observer geht raus Nether Drake geht raus fand ich Toxic dieses Plus Attack jede Runde äh End of Turn kann man mit dem jetzt machen ja ist es geil geht so ähm Living Constellation geht raus hat man auch wenig gespielt Dreadbeard geht raus schade der war manchmal eigentlich ganz cool mit dem Extra Gold äh Free Flying Feathermane geht raus Toxic Unit geil eine Unit weniger für den Banana Slammer Build die drin ist Saw Loser geht raus okay Pain Smudger nutzloser Stachel Eber hat man nie gespielt Eagle geht raus ähm das ist ein Shop und Hand Buff gewesen in Kombination fand ich keine schöne Unit äh von daher okay Blood Cell Cannoneer geht raus ja bin ich mal gespannt kommt da wird ein anderer Pirate noch reinkommen oder ersetzt haben wir zwei Pirates gesehen ne dann werden wir bestimmt noch einen Pirate bekommen kriegen wir bestimmt noch einen anderen Pirate wieder zurück und Felemental geht raus ist okay dafür haben wir die Doppelklassen Elementar Demons bekommen Tevern 4 Drops ich weiß das Video ist schon lang wir gehen jetzt nochmal ganz schnell durch hier Assistant Guard ist eine Neutrale gibt äh einen Minion Spot ähm und gibt dann den Spot Minions plus 2 plus 3 das ist die neue Version vom Strongshell wahrscheinlich ne und stärker als Strongshell weil sie Spott gibt und dann noch bufft ähm Crafty Aranasi was haben wir da ist ein Demon wenn man das Damage kriegt macht er zusätzlich nochmal 5 Damage irgendwo anders hin okay das könnte wild werden wenn man das Ding richtig bufft geht in die Richtung von einem Lighter Fighter der auch relativ toxic ist natürlich ähm Draconic Death Gale Nager Drache Kombination sieht cool aus vom Artwork passt wirklich gut ähm Spellcraft Trigger Friendly Minions Battle Cry okay wir haben jetzt auf Tevern 4 eine Möglichkeit einen beliebigen Kampfschrei mehrfach zu triggern ähm ähnlich wie nen wie heißt er denn äh Rylek der das in Combat macht kann man das jetzt außerhalb vom Combat machen okay spannend haben wir ja sowieso schon als ähm Tevern Spell von daher bin ich gespannt äh Gold Shell Warden ja und die anderen Wildtiere bekommen einfach nur einen Flat Buff und das ist Kampfschreiben wird nicht wiederholt kein Todesröcheneffekt finde ich gut nicht too strong solide Stats wahrscheinlich ist okay äh cooler Bird wir sind sehr vogellastig geworden oder wir haben wir haben einen Hahn wir haben eine Ente und jetzt haben wir das Ding noch ähm immer wenn ein befreundetes Wildtier Schaden bekommt gibt er einem anderen befreundeten Wildtier anders als dem was Schaden bekommen hat plus 1 plus 1 permanent ja es ist halt so ein kontinuierlicher Midrange Buff der Wildtiere untereinander bufft das ist okay vor allem wird man das ja gerne mit 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 Rache ich weiß es ist ja wie ein Rache Effekt ist ja Rache 1 immer wenn ein Wildtier Schaden bekommt Trigger ähm finde ich gut vor allem gilt es das reine Wildtier Identität like it Long John Copper cooles Artwork I like it Pirates sowieso ich hoffe wir werden wieder coole Pirate Games haben nächste Season immer wenn er Schaden bekommt kommt man eine Coin dreimal maximal hatten wir ja schon oben dieses dreimal maximal ähm geil ja buff den krieg richtig viel extra Gold nice 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 like it Death Bane Ignition Undead Dragon spannend ähm Spott und Todesröchling gibt es zwei Random Friendly Minions das Minions Attack oh shit der hat relativ high Attack und splittet dann nochmal seine Attack auf zwei andere Units okay wird man für Undead gut für Drachen weiß ich nicht und da das Minions ist wieder warum sagt ihr dann nicht Untoten und Drachen seine Attack warum kann der Max seine Attack geben Max profitieren unheimlich von diesen ganzen Random Minion Attack Buffs aktuell bin gespannt äh Persistent Poet noch ein Drache sehr cool oh da wir kriegen ein neues Mixed Minion ja sieht man schon aber erst geht es hier um den Poet ähm klar wir haben gesehen der Bronze der Bronze der geht raus auf Terran 2 mit Gottes Schild dafür kriegen wir Sandsboor hieß er ne Bronze Sandsboor ähm dafür kriegen wir hier ein Gottes Schild auf Terran 4 da sind die Gottes Schilde auch besser aufgehoben zu früh im Game finde ich sie nicht gut und die ähm Adjusted Minions permanently keep your Enchantments from Combat also anders als der Prodrake der dann auf Terragossa rechts und links Buffs gemacht hat damit die permanent wurden kann der jetzt allen Drachen den Terragossa Effekt geben quasi dass die Enchantments out of Combat permanent bleiben da müssen wir gucken mit welchen Sachen kombiniert man das am besten wahrscheinlich mit Nightbane Ignition äh ignited weil der gibt ja Todesröcheln ist ein In Combat Effekt der splittet seinen Attack irgendwo anders hin und wenn man den mit dabei hat wird dieser Effekt quasi permanent okay spannend die Combo aus den beiden dann haben wir hier alle Klassen Wing Wing Chimera die Chimera macht ähm immer wenn er Schaden bekommt bekommt ein Minion von jedem Typ von jedem verschiedenen Typ den du besitzt plus 2 plus 1 das ist quasi ein In Combat immer wenn ich Schaden bekomme Menagerie Buff ich hoffe Menagerie wird wieder spielbar bis auf der Karte hab ich noch nicht gesehen dass das der Fall sein sollte das hängt aber davon ab ob wir einen coolen Menagerie Buff bekommen Keywords hier heute gesehen dann bekommt ihr einen Random Spellcraft ist okay für mich so Strongshell geht raus haben wir gesehen kriegen wir eine deutlich stärkere Karte Randall geht raus wurde eh nicht gespielt Silent Swimmer okay Package Feldrake geht raus okay also der Feldrake der den Shop frisst geht raus dafür haben wir deutlich andere Drachen bekommen die auch interessant sind ähm Feldrake hat auch zu sehr Toxic Combos geführt von daher ist das okay ähm Emergent Flame geht raus das ist der das ist der Elementar der beim Rollen diesen plus Attack Buff als Kampfschrei hatte äh plus Stat Buff äh Steadfast Spirit geht raus Wayward Grimmscale okay das ist Venom was raus geht ne Outback Smuldra ganz schwierig zu spielen eine Karte fand ich deswegen gut dass der raus geht wir brauchen da was was nicht noch zusätzlich Bord Space braucht um die generierte Karte im Folgeturn zu spielen und so ein Quatsch ähm ja Saloon Dancer war eine neutrale Karte die einfach ähm auf Basis der Spell Stats gegeben hat hat zu wenig Play gesehen für mich die Mystic Spore Belt geht raus Schale die fand ich cool die war wirklich mal geil die hatte nicht zu viele Stats aber Spells generieren hat verschiedene Sachen ermöglicht äh der Audacious Anchor geht raus ist es der Anchor von den ähm von den Pirates der den Snipe ermöglicht oh no wir brauchen neue Kontermöglichkeiten Lighter Fighter geht raus Toxic Units gut und Razer Gore geht auch raus okay Razer Gore und Smoldora waren beide die die den Plus 5 Attack Drachen gespawnt oder erzeugt haben das heißt wir werden da nicht mehr so leicht äh Triplets generieren können und Managery Jug und Managery Jug geht raus mhm also er gibt uns Managery er nehmt uns Managery schwierig gut Tavern 5 ähm Charging Sarina okay was haben wir da was haben wir da Gottes Schild ist ein Mech natürlich Gottes Schild ähm und immer wenn er wenn man einen Spellcast kriegen die Divine Shield Units plus Attack okay full Divine Shield Build incoming ich hoffe wir behalten Tunnel Blaster ich hab nicht gelesen dass er rausgeflogen wäre gerade von daher wir werden ihn brauchen äh wow cooles Artwork bei den Elementaren Marine Matriarch ähm whenever this takes damage get a random Tavern Spell find ich cool spielt in die Richtung für lebendes Azerit halt mit rein ne wir müssen Spells generieren um das zu spielen das Problem ist Azerit ist auf 3 runtergegangen weil es zu langsam war und den bekommen wir erst auf 5 könnte zu spät sein du kaufst halt kein Azerit um auf Verdacht dann irgendwann die Karte zu spielen wenn du aber Elementarbuffs schon hast dann slottet die gut rein also ja mal gucken äh neue Neutrale Unit Moon Eaters Champion okay after you play an Odd Tier Card give your other Odd Tier Minions plus one plus one also alle ungeraden einhalten dann muss es das gleiche doch auch für 3 gerade Karten geben oder? gibt es das gleiche auf Tavern 6 für gerade Karten noch? warum sollten nur ungerade Karten gebufft werden? sind das die schlechten Tavern Tiers muss man sich überlegen 1, 3 und 5 ja Odd Tier haben schon einen schwierigen Slot weil Tavern 2 Minions sind deutlich besser als Tavern 1 Minions Tavern 4 Minions sind deutlich besser als Tavern 3 Minions aber Tavern 3 Minions sind nicht deutlich besser als Tavern 2 Minions oft also ja vielleicht brauchen Odd Tier Minions eher einen Buff als gerade Tier Minions ich bin gespannt ob das überhaupt gespielt wird werden wir sehen ähm wenn einmal Giant Elementar ist explodiert das Game okay I'll take it ähm werden wir sehen werden wir definitiv Play sehen oh das Artwork kennen wir glaube ich schon Spiked Savior Spot Todesröcheln deal 1 damage to your Minions and give them plus 1 Health wait a second warum sollte man einen Schaden zu seinen eigenen Minions geben aber den dann plus 1 HP geben macht das einen Unterschied weil im Zweifelsfall tötet man einen Minion ja ah warte wisst ihr warum das wofür das da ist um diese ganzen Effekte when this takes Damage äh hier diese ganzen when this takes Damage um die auszulösen dafür ist das da ja macht Sinn und dann ist es quasi ein Effekt die Karte hat ein Damage bekommen kriegt ein HP zurück also quasi ist nichts passiert aber sie hat Damage bekommen und der Effekt wird ausgelöst für diese Synergien ist der da verstehe 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 ähm jetzt musste ich mich erinnern welche Karte hat denn Wildtiere bekommen dass das besonders bei Wildtieren wichtig ist ich erinnere mich nicht ah ich weiß nicht ob das ein Wildtier sein muss ok leben wir mit dann haben wir noch ein Wildtier Trigor the Lesher äh the Lesher äh Lesher das Lesher äh unsicher mit der Aussprache aber egal ähm whenever another friendly beast takes damage gain plus 2 HP ah ok gib dein Wildtier ein Damage ok generiere das richtig HP I see aber auch nur HP also wo nehmen wir Attack her hm dann haben wir Info giving Treant und der hat Spot whenever this takes damage give your minions plus 1 attack permanently der hat selber aber wenig Attack aber da es your minions ist und nicht your other minions wird er sich selber mitbuffen ja early ist es wahrscheinlich ok um Attack Buffs zu generieren langfristig wird er auch nicht nicht gespielt werden vor allem als neutrale Karte nicht aber er wird nicht schlecht sein wenn man den early wenn man jetzt einen frühen Triple hat und da rein discovert ist das wahrscheinlich ok den zu spielen für Tempo oh wir kriegen endlich so einen chinesischen Drachen das sieht doch geil aus Yulon Fortune Granter oh 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 wie Shenlong aber die heißen wahrscheinlich alle Lon ähm im chinesischen diese Drachen Start of Combat make your lowest tier minion golden accept Yulon also er kann sich nicht selber golden machen ok aber es ist auch nur Start of Combat und auch nur das lowest tier und dann ist es ja auch nicht permanent weil es Start of Combat ist weiß ich nicht ob das geil ist sehe ich noch nicht müsste ich überlegen welche Start of Combat Sachen besonders gut sind dann golden zu machen äh welche in Combat Sachen besonders gut sind golden zu machen Eyes of the Earth Mother choose a friendly minion from tier 4 or below make it golden einfach mal ein befreundetes minion golden machen auf Tavern 4 oder ne Riga ah da gibt es gute minions da wären wir bestimmt das eine nimmt man bestimmt mit definitiv aber gut das ist auf tier 4 begrenzen bei Tavern 5 einfach mal random Banana Slammer golden machen oder so wäre absolut broken ähm Top of Beanstalk einfach ein Tavern 6 minion entdecken für 5 nimmt man das mit früher war der Spell mache ein minion für 5 gold mache ein minion im Shop golden dann kannst du es kaufen spielen hast das goldene minion plus den Discover auf 6 jetzt kannst du nur Discover auf 6 bin ich mir unsicher ob die schlechte die ist schlechter als die vorher die Frage ist geht die vorige Karte raus äh Bristol Backnight geht raus ja hatte schwierige Zeit super starke Karte aber schwierig den in ein Bild reinzufitten Master of Realities geht raus ja die Master Combo brauchen wir nicht mit Sandspur äh Sandsome Drake Sandsome Drake selber geht ja auch raus Critter Wrangler geht raus ja auch der schwierige Zeit gehabt in Naga Builds spielt man den eigentlich nicht Hunter of Gatherers geht raus okay Giant HP sind raus Banana Slammer geht raus oh goodbye Banana endlich mal gucken was die neue Toxic Combo wird Mad Metator geht raus ähm das ist der Ork der auch oft sehr Toxic war mal gucken ob wir andere ähm Units kriegen die so ein bisschen Giant Stats kontern sollen Leeroy ist ja rausgegangen vielleicht kommt Leeroy zurück we don't know Kangoss geht raus ja man hat keine Kangoss Omega Buster Builds gesehen großartig und Mama Bear geht raus also die Identität von Wildtieren wird schon auf Links gedreht muss man sagen Wildtiere wird viel geändert und finally Tavern 6 danke dass ihr bis jetzt dran geblieben seid auf jeden Fall wie gesagt für noch mehr Content einfach hier ein Abo dalassen und den Twitch Link checken und dann gucken wir uns das ab Dienstag gemeinsam an es kommt aber sicherlich nochmal ein Update zu den Patch Notes Tier 6 aber auf jeden Fall Greymanes Champion neutrale Unit after you play an Eventier Card okay da haben wir für Eventier auch und das gibt sogar plus 2 plus 2 statt plus 1 plus 1 also Eventiers sind besser go Eventier Tavern 4 Units und ab geht's dann haben wir einen richtig dicken Dragon hier Harding Hate Spawn Start of Combat Steal 1010 from the highest health enemy minion okay spannend man nerft quasi das Gegner Minion und gibt ihm die Stats finde ich geil ist eine coole Kombo ist eine Tempo Karte Drachen haben ja immer das Problem das Kaligoss Scaling relativ langsam ist aber man hat in letzter Zeit trotzdem das ein oder andere Kaligoss Game schon mal gesehen ich hab's auch gespielt von daher es ist machbar von daher so ne Tempokarte zusätzlich drin zu haben ist cool die Frage ist geht dafür der Immundrache raus I don't hope so äh was ein Artwork wie er diesen Murloc da im Schwitzkasten hat okay äh Poki Thorn Mantle ähm at the end of your turn your gems give an extra plus one plus one this game holy shit also wir haben jetzt ne Tavern 6 Unit die plus 1 plus 1 auf die Blood Gems gibt jede Runde das ist vorher der 7 Drop als Todesrechnung gewesen jetzt haben wir das als end of turn effect shit okay let's let's go Strache Eber let's go dann haben wir the uninvited guest start of combat give your other minions death rattle summon a 3-2 shadow wait a second das sind jetzt are you lazy blizzard wir denken an den 7 Drop der Kampfschrei plus 1 plus 1 und Todesröcheln plus 1 plus 1 auf die Blood Gems macht hm verdächtig ähnlich anstatt Todesröcheln Kampfschrei ist das jetzt end of turn okay wir denken an Nightmare Amalgam der Todesröcheln an einen anderen untoten Beschwörungssachen gibt das ist zwar nicht nur für Untote aber er gibt den anderen auch die Möglichkeit eine 3-2 einen 3-2 Shadow hier zu beschwören verdächtig ähnlich also wir wissen wo die Inspiration herkommt oder naja ähm solange das Ding nicht auch die Buffs von diesem Ding hier insgesamt bekommt dann geht das wenn wenn diese Shadows auch die Stats von dem 4 hier kriegen dann wird's gefährlich sind die Shadows Untote dann kriegen die auch die Attack Buffs die Untote sowieso generieren das ist ja die Art und Weise wie man Untote spielt von daher ja könnte könnte wild werden ähm untameable der untame Bull okay der unzähmbare Bulle ähm immer wenn der Damage bekommt bekommt er ein Gottesschild das heißt du startest mit Gottesschild am besten dann attackiert er verliert das Gottesschild dann überlebt er hoffentlich den nächsten Trade kriegt wieder äh Gottesschild wieder das ist quasi der Effekt von Bristleback Knight nur dass der unendlich oft sich wiederholen kann wildes Wildtier wirklich wild we see äh Greasebot wird gehen hä Greasebot war doch gar nicht mehr drin bin ich doof Greasebot war doch gar nicht drin sind die verwirrt Greasebot war der Sixth Drop der end of turn hä Greasebot ist doch ein völlig anderer Sixth Drop meinen die äh Beatboxer die aktuellen Sixth Drops bei Max sind doch nicht Greasebot sondern es ist Omega Buster und es ist ähm Beatboxer hab ich was vergessen und äh Fowreaper die drei das sind die drei Mac das sind die drei Mac Sixth Drops also entweder ist das hier eine Verwechslung aber Greasebot ist definitiv aktuell nicht drin der war mal drin Manted Queen geht raus okay wir verlieren a lot of Scammy Scammy Shit Warp Wing geht raus ah schade der war cool der Immunrache Walking Fort geht raus ja gut keine Tauntbilds mehr Greta geht raus Greta war jetzt auch nicht high end äh Hawk Strider Herald geht raus ja also Golden Bild ist eh tot in dem Moment wo Banana Slammer quasi rausgeworfen wurde deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so ich hatte ja eben gesagt oh oh wir kriegen permanente Golden Buffs no problem Banana Slammer ist ja nicht mehr drin also ist das wahrscheinlich okay oben Phalanx geht raus ja ist okay und Ignition Specialist geht raus bei den Drachen ist auch okay mal gucken was da anderes noch zurückkommt von den alten Karten das steht wie gesagt noch aus da sprechen wir drüber die Patch Notes wie gesagt kommen am Montag Dienstag geht der Patch dann live und dann geht es richtig rund ich hoffe diese Overview zu den neuen Karten hat euch Spaß gemacht zwar ein bisschen lang ja aber ich wollte trotzdem einmal durchgehen und drüber gesprochen haben im Detail wie sich das spielt welche weiteren Karten wie gesagt die wir schon kennen nochmal zurückkommen da sprechen wir noch drüber und dann gucken wir ab Dienstag was abgeht Leute vielen lieben Dank fürs Zuschauen habt eine geile Zeit ich bin raus tschau tschau ich bin raus ich bin raus ich bin raus ich bin raus Vielen Dank.